Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seine Folgen sind bereits heute zu spüren. Deshalb hat sich Deutschland ein Klimaziel gesetzt. Bis 2050 sollen 95 Prozent weniger Treibhausgase als im Jahr 1990 ausgestoßen werden. Dafür brauchen wir politische Maßnahmen, unternehmerische Lösungen, aber auch klimafreundliches Konsumverhalten von uns allen. Aktuell verursachen die Deutschen pro Kopf im Schnitt rund 11 Tonnen Treibhausgasemissionen im Jahr. Um das Klimaziel zu erreichen, müssen diese Emissionen auf unter eine Tonne sinken. Je nach Lebensstil kann unser persönlicher CO2-Fußabdruck sehr unterschiedlich sein. Also für wie viele Emissionen von Treibhausgasen wir verantwortlich sind. Besonders viele entstehen durch Mobilität, Wohnen und Ernährung. Wer sich zum Beispiel immer mit seinem SUV von A nach B bewegt, produziert natürlich mehr CO2 als Fahrer von Autos mit sehr geringem Kraftstoffverbrauch. Wer öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad benutzt, reduziert die persönlichen Emissionen weiter. Auch Carsharing und Elektromobilität wirken sich positiv aus. Besonders negativ für unser persönliches Emissionskonto ist das Fliegen. Wer einmal von Berlin nach Bangkok und zurückfliegt, hat bereits so viel Treibhausgase emittiert, wie der durchschnittliche Bürger in einem halben Jahr. Wer auf das Fliegen nicht verzichten kann oder will, kann Emissionen durch freiwillige Kompensation ausgleichen. Eine solche Ausgleichszahlung finanziert Projekte, die an anderer Stelle die Menge unserer verursachten Treibhausgase einsparen. Allerdings ist es immer besser, Treibhausgase zu vermeiden und gar nicht erst entstehen zu lassen. Beim Wohnen kommt es vor allem auf Heiz- und Strombedarf an. Je mehr Quadratmeter wir beheizen und je schlechter diese gedämmt sind, desto mehr muss geheizt werden und der CO2-Ausstoß steigt. Elektrogeräte können ebenfalls unsere CO2-Emissionen stark erhöhen. Die stärksten Stromfresser sind die Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschrank oder Herd sowie die Heizungsumwälzpumpe. Energieeffiziente Geräte sparen Strom. Wenn dieser dann noch aus erneuerbaren Quellen stammt, wird der persönliche CO2-Abdruck in diesem Bereich sehr klein. Auch unsere Ernährung beeinflusst den CO2-Ausstoß. Tierische Produkte wie Butter, Fleisch oder Milch sind durchweg mit höheren Emissionen verbunden als pflanzliche Nahrungsmittel. Die Produktion von einem Kilo Butter beispielsweise verursacht rund 13 Kilo CO2. Die Emissionen von einem Kilo Margarine liegen dagegen bei nur rund 4 Kilo CO2. Obst oder Gemüse stehen noch besser da. Beides liegt bei unter einem Kilo CO2 je Kilo. Ein zusätzliches Plus für Klimabilanz und Umwelt sind regional und bio. Und auch bei der Geldanlage kann man an Klimaschutz denken und in ökologisch nachhaltige Finanzprodukte investieren. Unsere persönliche Art zu leben bestimmt den CO2-Fußabdruck, den wir hinterlassen. Durch klimabewusstes Handeln und emissionsreduzierende Entscheidungen kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen, das Klima zu schützen und die Politik beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen. Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seine Folgen sind bereits heute zu spüren. Deshalb hat sich Deutschland ein Klimaziel gesetzt. Bis 2050 sollen 95 Prozent weniger Treibhausgase als im Jahr 1990 ausgestoßen werden. Dafür brauchen wir politische Maßnahmen, unternehmerische Lösungen, aber auch klimafreundliches Konsumverhalten von uns allen. Aktuell verursachen die Deutschen pro Kopf im Schnitt rund 11 Tonnen Treibhausgasemissionen im Jahr. Um das Klimaziel zu erreichen, müssen diese Emissionen auf unter eine Tonne sinken. Je nach Lebensstil kann unser persönlicher CO2-Fußabdruck sehr unterschiedlich sein. Also für wie viele Emissionen von Treibhausgasen wir verantwortlich sind. Besonders viele entstehen durch Mobilität, Wohnen und Ernährung. Wer sich zum Beispiel immer mit seinem SUV von A nach B bewegt, produziert natürlich mehr CO2 als Fahrer von Autos mit sehr geringem Kraftstoffverbrauch. Wer öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad benutzt, reduziert die persönlichen Emissionen weiter. Auch Carsharing und Elektromobilität wirken sich positiv aus. Besonders negativ für unser persönliches Emissionskonto ist das Fliegen. Wer einmal von Berlin nach Bangkok und zurückfliegt, hat bereits so viel Treibhausgase emittiert, wie der durchschnittliche Bürger in einem halben Jahr. Wer auf das Fliegen nicht verzichten kann oder will, kann Emissionen durch freiwillige Kompensation ausgleichen. Eine solche Ausgleichszahlung finanziert Projekte, die an anderer Stelle die Menge unserer verursachten Treibhausgase einsparen. Allerdings ist es immer besser, Treibhausgase zu vermeiden und gar nicht erst entstehen zu lassen. Beim Wohnen kommt es vor allem auf Heiz- und Strombedarf an. Je mehr Quadratmeter wir beheizen und je schlechter diese gedämmt sind, desto mehr muss geheizt werden und der CO2-Ausstoß steigt. Elektrogeräte können ebenfalls unsere CO2-Emissionen stark erhöhen. Die stärksten Stromfresser sind die Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschrank oder Herd sowie die Heizungsumwälzpumpe. Energieeffiziente Geräte sparen Strom. Wenn dieser dann noch aus erneuerbaren Quellen stammt, wird der persönliche CO2-Abdruck in diesem Bereich sehr klein. Auch unsere Ernährung beeinflusst den CO2-Ausstoß. Tierische Produkte wie Butter, Fleisch oder Milch sind durchweg mit höheren Emissionen verbunden als pflanzliche Nahrungsmittel. Die Produktion von einem Kilo Butter beispielsweise verursacht rund 13 Kilo CO2. Die Emissionen von einem Kilo Margarine liegen dagegen bei nur rund 4 Kilo CO2. Obst oder Gemüse stehen noch besser da. Beides liegt bei unter einem Kilo CO2 je Kilo. Ein zusätzliches Plus für Klimabilanz und Umwelt sind regional und bio. Und auch bei der Geldanlage kann man an Klimaschutz denken und in ökologisch nachhaltige Finanzprodukte investieren. Unsere persönliche Art zu leben bestimmt den CO2-Fußabdruck, den wir hinterlassen. Durch klimabewusstes Handeln und emissionsreduzierende Entscheidungen kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen, das Klima zu schützen und die Politik beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen. Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seine Folgen sind bereits heute zu spüren. Deshalb hat sich Deutschland ein Klimaziel gesetzt. Bis 2050 sollen 95% weniger Treibhausgase als im Jahr 1990 ausgestoßen werden. Dafür brauchen wir politische Maßnahmen, unternehmerische Lösungen, aber auch klimafreundliches Konsumverhalten von uns allen. Aktuell verursachen die Deutschen pro Kopf im Schnitt rund 11 Tonnen Treibhausgasemissionen im Jahr. Um das Klimaziel zu erreichen, müssen diese Emissionen auf unter eine Tonne sinken. Je nach Lebensstil kann unser persönlicher CO2-Fußabdruck sehr unterschiedlich sein. Also für wie viele Emissionen von Treibhausgasen wir verantwortlich sind. Besonders viele entstehen durch Mobilität, Wohnen und Ernährung. Wer sich zum Beispiel immer mit seinem SUV von A nach B bewegt, produziert natürlich mehr CO2 als Fahrer von Autos mit sehr geringem Kraftstoffverbrauch. Wer öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad benutzt, reduziert die persönlichen Emissionen weiter. Auch Carsharing und Elektromobilität wirken sich positiv aus. Besonders negativ für unser persönliches Emissionskonto ist das Fliegen. Wer einmal von Berlin nach Bangkok und zurückfliegt, hat bereits so viel Treibhausgase emittiert, wie der durchschnittliche Bürger in einem halben Jahr. Wer auf das Fliegen nicht verzichten kann oder will, kann Emissionen durch freiwillige Kompensation ausgleichen. Eine solche Ausgleichszahlung finanziert Projekte, die an anderer Stelle die Menge unserer verursachten Treibhausgase einsparen. Allerdings ist es immer besser, Treibhausgase zu vermeiden und gar nicht erst entstehen zu lassen. Beim Wohnen kommt es vor allem auf Heiz- und Strombedarf an. Je mehr Quadratmeter wir beheizen und je schlechter diese gedämmt sind, desto mehr muss geheizt werden und der CO2-Ausstoß steigt. Elektrogeräte können ebenfalls unsere CO2-Emissionen stark erhöhen. Die stärksten Stromfresser sind die Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschrank oder Herd sowie die Heizungsumwälzpumpe. Energieeffiziente Geräte sparen Strom. Wenn dieser dann noch aus erneuerbaren Quellen stammt, wird der persönliche CO2-Abdruck in diesem Bereich sehr klein. Auch unsere Ernährung beeinflusst den CO2-Ausstoß. Tierische Produkte wie Butter, Fleisch oder Milch sind durchweg mit höheren Emissionen verbunden als pflanzliche Nahrungsmittel. Die Produktion von einem Kilo Butter beispielsweise verursacht rund 13 Kilo CO2. Die Emissionen von einem Kilo Margarine liegen dagegen bei nur rund 4 Kilo CO2. Obst oder Gemüse stehen noch besser da. Beides liegt bei unter einem Kilo CO2 je Kilo. Ein zusätzliches Plus für Klimabilanz und Umwelt sind regional und bio. Und auch bei der Geldanlage kann man an Klimaschutz denken und in ökologisch nachhaltige Finanzprodukte investieren. Unsere persönliche Art zu leben bestimmt den CO2-Fußabdruck, den wir hinterlassen. Durch klimabewusstes Handeln und emissionsreduzierende Entscheidungen kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen, das Klima zu schützen und die Politik beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.